Willkommen zu neuen Minecraft Hell 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 Meine Hand praktisch habe Ich soll es lassen Nicht wundern ich bin unsichtbar Ich weiß auch nicht immer Ich weiß es nicht oh hi Bo Ich weiß nicht warum ich unsichtbar bin Aber ich bin unsichtbar Das ist dein Bogen glaube ich Weg damit Das Problem ist Ich will mich umbringen Ich war glaube ich das letzte mal Hier vor zwei Monaten Das ist das der Grund warum du gerade Unmütend auf mich bist Das ist das der Grund wenn ja Schieß ein Pfeil gegen das Schild Oder gegen mich das geht ja Warte ich guck ich habe hier Spielzeug hier ein Feuerzeug Alles Gute Ich glaube wir müssen Ein bisschen Schnee warum ist hier Schnee drin Warst du schon wieder hier in diesen Raum Ohne deine Füße abzuputzen Zünd hier nichts an was ist hier wer explodiert Unglaublich ja Oh ich habe gedacht hier Kaum Leute ist man mal Warum ist hier überall Schnee Bo Was hab ich noch mal gesagt mit Nicht mit Schnee an den Füßen hier überall rein zu gehen Bo Was hast du getan Ich hatte in einer anderen Welt Ein bisschen was zu tun Ich musste ein paar Kekse schlagen Bo Hallo Ich glaube bo hast uns jetzt für immer Geil loil loil Jetzt haben wir hier einen Baum Jetzt können wir hier rumchoppen Nice Ey Ich sehe dich Ha Addit 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 Adit Addit Addit Assert Jawohl Affuck Nee Ich habe das Wasser noch gesetzt Egal Da war ein stein sogar okay leute ich sehe wir haben hier ein problem was was ist das bau aha jetzt erklären mir mal kurz wie hier ein blog her kommt der cooler heißen hier überall schnee zu hier schneechen place wollt hast du das hingesetzt damit es zu weihnachten auch hier schnee ist dafür ist jetzt hier überall schnee egal das müssen wir jetzt hier alles fixen mal da diese cooler guckt du kannst viel spaß du darfst jetzt an alle wir abbauen viel spaß dabei hinein denen die sind die dann dort hingekommen ich suche nach diese blöcke hier ist hier vielleicht wo einer versteckt nein aha da war da war was versteckt aha aha aber wo ist jemand so wie geworden ist hier brand zombie bin ja wer doch nice dann haben wir alle probleme vom tisch bei gemeinte war bei dieser komische nano nono irgendwas hat das komische sounds bei war es nicht so ich glaube du weißt ich weiß was du jetzt meinst mit ich weiß glaube ich jetzt was du meinst du beim macht zum was hier hier bei einer kickcheck schon da war es harden platz alles klar du weißt nicht mach das mensch zum wie okay du weißt nicht zufällig wurde ich jetzt noch block allerdings wer uns helfen könnte weißt du jemanden oder kennst du ja wo wir hin uns hingehen können um das zu beenden war hier hier abschneiden lala lala ok irgendwo wohnt dieser lala weil ich weiß der war schon einfach bei uns aber ich kenne den typen nicht der war einmal hier aber ja ich suche lala und ich suche lala gut ich gucke erst mal ob ich hier noch ein finde egal ich würde sagen ich melde mich wieder wenn ein bo zurück ich suche die ganze zeit hier nach den dingen und hier ist wie es ein kombi ich suche die ganze zeit nach diese cooler aber oder hey das ist eine kuh ich würde sagen dass diese kuh sieht aus wie die kuh nein hast du mich vermisst ich glaube das heißt nein hätte ich mir auch nicht gedacht das ist was zur was ist das was hat diese kuh freigesprengt das habe nicht ich gebraucht erstens erklärer baum sprengst du einfach so rennen löcher bei mir zweitens was ist das und drittens hast du etwas zu essen leute diese kuh macht mich fertig hier kackte ich kann das nicht essen hier egal nicht sicherheit diese zwei fleisch den dünger kann ich nicht essen hör auf danke du hast einen cooler gefunden wo wie was wo wo schön wo bist du weißt du wo ist bo sucht lala wenn du es besser zu hast dann gehen wir bau suchen ich war schon seine halbe ewigkeit auf ihn ich möchte ich den irrsinn ein ende machen was besuch ob sich das händchen gilt das bist du ich habe egal ich behalte jetzt mit trollen damit wo das mission für zur kuh mache ich nur und sucht wo oder macht was sinnvolles die kuh macht einen fertig ganz ehrlich wo ich sie der kuh bist du mal ernsthaft geh da raus kuh geht er sofort raus kuh geht er sofort raus geben in spurs und setzen spurs auf blocken wir hin setzt dann blocken kuh blocken jetzt den blocken sollte ich waren wo ist die kuh kuh hör auf zu demolieren wo bist du ich sehe die kuh nicht kuh hör auf wo bist du kuh hör auf die wahnsinnige kuh hör auf hör auf hör auf wo bist du sehe dich hat wo bist du wir hier war mal wieder hier weil ich habe einen bogen gehörten fackel schießen hallo ok lala ist hier auch erfolgreich hallo hi lala bist du hier bist du wie jetzt hatte ich bau geholt auch sorry bau hat sich hier hoffentlich geholt weil sonst ist ja jetzt verschwunden gegangen und ich sehe gerade dein bogen meint ich soll herkommen ja folgendes ich weiß ein paar monate nicht da mal gut erzählt dass dieser hier peilen jetzt an wir ja gut was heute genau genau aber ich will vielleicht mein kopf mal kurz abziehen das hier beim alle zum zombies möchte machen und ja was ist mit dir passiert nichts nicht ich habe nur einen kopf auf hier als guter hier zwei sitz dann nehme ich den scooter nur für ich nehme den scooter weg mein scooter mein scooter okay egal ich brauche wir brauchen die hilfe unbedingt weil hier wird alles und jeder zombies und wir haben wichtiger zu tun ja gebe ich dir recht hier wird alles zombies und jeder wir müssen das jetzt an beheben hast du eine ahnung wie nicht war lange wie meinst du nicht mehr lange hast du hier rein getötet oder dann ist hier rein an seiner macht da will ich sagen sollte mir vielleicht das unternehmen oder wir brauchen die runen ja ich habe eine rune habe ich noch hast du mittlerweile eine rune gefunden oder mit der eine rune haben wir damals ja gefunden zusammen das war gerne pro scooter möglich hast du eine rune mittlerweile gefunden ich gebe eben noch maximal zwei monate das heißt wahrscheinlich braucht er höchstens einen monat noch ok gut 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 das heißt das bedeutet okay dann alles dann ist alles zombies klagen von ihm das heißt wir müssen ihn jetzt an bald mal auch bald töten weil es heißt wir haben weniger ist monat zeit mit meinem bruder hat es begonnen und ein was mit dem bruder passiert was mit dem passiert dann sehe ich leute ich habe ein schlechtes wir wissen wie du siehst gibt es schon viel zum bis hier ja genau soll ich dir folgen kommen mit ok wir sollen ihm folgen ich fahre mit dem mit das packt rum ob hier durch ich sehe nichts war kurz ich muss fackeln bauen ich bin sonst blind hier draußen wo bist du ich frage ich bin hier auch hier bist du okay dann wo ich folge genau perfekt hier ist ein wald wo hier sind zombie merkt es kommt mir vor hier sind irgendwelche komischen monster angriff ich töte kurz und hier ab die ein bisschen klatsch wo bist du ich sehe dich nicht ich bin hier immer noch ein kleines fleck wie vorhin solltest du herkommen ich finde ich nicht mehr hier ich werde von skatt angegriffen hier ich bin da wo die komischen großen mob sind kommst du zurück lange nein da hallo wo bist du hallo hier hier bist du auch hier explodiert schon hier hinter okay ich folge dir folgt dir ja okay hier durch ok hier genau ok ok und was soll ich hier sei es ist tag es wird ok ich pack das mal hier auch hin ich gebe dir ein scooter zurück hier war es ein klo von dir unser haus ok lol alles klar ich sag mal hübsch darf ich mich hier wohin setzen oder oder obwohl hier sind unsere sitze ok ok ist ja interessant muss ich ehrlich sagen ist lalas haus ganz ehrlich sehr interessant was hast du hier ist eine röhre hier ist ein komischer united bowl in your hand alles klar ich habe mir irgendwelche komischen röhrer achi geht es weiter lollen wie wir schlafen hier ok interessant ich habe den bild das ist nono sollte ich weiß dann bebaubene sonne ein stock war auch ich glaube hier ok hier was ist das ist so ein kleines schlaf café nono oder also für ein staubsaugerleute für ein leben denn hier schläft nur habe ich mir gedacht da wäre ich weiß guckt die folge fink oder die dritte egal da wird das erklärt ok und lol das hat gerade bei mir okay wir sind keine normalen tele tab ist ok was dann seid ihr huber wir sind schlau so ich würde schon sagen es hat super thematen namische ich mache das mal zu runter ok wissen ist das ein labor sieht mir aus lol die sind so abgerundet war nicht ganz schön abgerundet die sind so leicht eckiger unser labor gegen hero brian ok hier sind drei kopf ich habe die tipps ich kann ich den das war das waren ein bild hast du nur eingebildet hier ding was tinky winky ok hier pro ok hier ist was ist das ist das hier ein fetter nono müssen für den nono dort arbeite ich ok ist es ein fetter nono kann das sein ein ganz riesiger das ist nonos hülle ok leute was kann ich denn haben ach dass dieser das ein test diesen hammer den habe ich auch diesen fetten weil wisst ihr noch was ist das hier ich gucke wenn ihr nur zu super so machen ok ich gucke noch was ist das architekt schüssel das kann man nicht machen egal hier wir rein damit interessant archite kameras dort testen wir ein wirkende von außen auf ihn ein weg von außen ok hier sind irgendwelche tanks interessant nein was nein was ist passiert sie sind weg waren wir sind seine brüder geflohen wie hier war meine brüder eingeschwert und wie sie mir sagen wir jetzt deine zombie brüder sind hier gerade um bist du mir das gerade erzählen leute ich rennen gerade super schlaue super zombies die alles wissen herum sie sind hier bei ins rechte hände du tust die hier einfach verstecken glas gebäude ernsthaft ist es dein ernst ist es dein fucking ernst anhört haben es können die nicht anstecken aber sie können andere nach ich kann nicht mehr töten ich habe gerade eine lechte wut auf ihn da wenigstens hier jetzt was was gutes rein gut ist das plexiglas was man nicht abbauen kann außer hier rein ok leute vor der auge fordern auch gut ja 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 das war gerade ja und hier sind gpg weiß ding aber wie könnte ich dann abbauen ich glaube ich bin magier und nein was ist was ist geschehen es ist nur sie haben die teleporter genutzt ernsthaft ernsthaft und kaputt applaus applaus an dich egal ach so ist egal ist dann einfach alles am arsch ist und wir wahrscheinlich jetzt an verlieren oder egal was gut wir kümmern uns später um ja ist nicht so dass jetzt an als schrott wäre egal okay was ist das für ein raum sind hier hoch gelüft ich bringe nach der folge wie ist das jetzt zu blödchen ganz im weg rausfinden wieder ich bin einfach nach der folge ich hoffe das macht ja nichts aus lala aber ja und was ist das für ein gerät so hier ist der plan ok ok show it show me der plan hier ist nono und die runen ok 123 an das sind viel sein und dann dieser effekt interessant ja ich verstehe ok bloß die grüne radioaktiv radioaktive energie von oben ja 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 ergibt was also ich schätze meinen das ding mit der maschine ja ich muss sagen die maschinen schaut aussieht auch minima ist lit aus muss ich ehrlich sagen wird er zu super nono die überblätig sagen mal leute es wird jetzt dann immer interessanter und kann hero prime töten und rettet alle leute wenn kurz zusammengefasst wir müssen in den staubsauger vier sau wertvolle ruhen geben damit er zum komischen riesigen roboter nonos staubsauger und dann braucht er einmal so machen und dann ist hier habe ich das richtig verstanden leider habe ich richtig ok ok lala nicht nur ich habe jetzt an die rune ich bin auch wieder hier berg wo bist du hier ich habe die rune wo soll ich die hin tun alles klar ins gelbe dort hinten ok das ist hier ok das erste schlägt das mal glaube ich so hin was so war das auch egal ich lass das wir müssen das nein müssen das gut war hier so thema ich habe das jetzt reingelegt es fehlen nur noch drei ok das heißt ich muss leider unsere aufgabe für die nächsten folgen die drei letzten runen suchen und noch dazu bau seine aufgabe ist es zu finden ok lala ich bedanke mich für die ganzen informationen ok sie interessant aus für die informationen ich werde mal bau beauftragen zu finden auch hier explodiert dauert und ich werde auf die suche gehen die dinger zu suchen ok ich werde auch sagen das war es der folge ich hoffe sie hat euch gefallen das nach oben nach oben dafür mehr minecraft hell und ja ich bin gespannt ob mich die ruhen finden ob er hier rein aufhalten können oder nicht und bis jetzt